In diesem Jahr hat das Kuratorium der Silvius-Wodarts-Stiftung die Esskastanie zum Baum des Jahres gekürt. In Deutschland ist dies eine geschützte Marke. Dieses Kuratorium, Fachleute und Experten aus der Wissenschaft suchen immer einen Baum raus für ein Jahr. In Deutschland ist das die Silvius-Wodarts-Stiftung. Und in anderen Ländern wird das ganz anders gemacht. Zum Beispiel gibt es da öffentliche Abstimmungen. Die Bevölkerung darf in manchen Ländern den Baum des Jahres aussuchen. Oder auch die Regierungen. Oder man sucht nur einen speziellen Baum für eine bestimmte Region heraus. Das ist interessant zu sehen. In Europa wird es unterschiedlich geregelt, aber es gibt durchaus, auch in anderen Ländern, den Baum des Jahres. Und wir haben jetzt im Jahr 2018 diese Esskastanie, über die es viel zu berichten gibt, weil es wirklich ein besonderer Baum ist. Und ich freue mich darüber, dass ich Sie heute, diesen Baum, dem Oberbürgermeister Röcklin für die Stadt Wurzen schenken kann. Und hoffe, dass er dort gut gedeiht. Denn das Besondere ist, die Kastanien wurden früher einerseits als zahme Kastanien benannt. Und es gab die wilde Kastanie. Das wissen viele Leute nicht mehr. Ich habe es auch erst nachgelesen. Die zahme, das war und ist die kultivierte, also diese hier, die Esskastanie. Und die wilde, das ist die Rostkastanie. Die schmeckt ja auch bitter. Das hat vielleicht mancher schon mal ausprobiert. Und diese Kastanien sind in der Regel nur für die Tiere gedacht, während die Esskastanie wirklich eine edle Frucht ist. Und, was viele überhaupt nicht wissen, diese Kastanien sind nicht miteinander verwandt. Schon die Form der Blätter, man kann es auch hier erkennen, auch ihre Blüten und Blütenstände sind grundverschieden. Aber die Ähnlichkeit der Früchte hat einfach die Möglichkeit im Vergleich gegeben, dass man annehmen könnte, sie sind verwandt. Aber das ist eben nur die Ähnlichkeit der Früchte. Und dabei muss man wissen, dass nur die Früchte der Esskastanie wirklich Früchte sind. Die braunen Kastanien der Rostkastanie sind Samenkerne. Die Esskastanie gehört zu der Gruppe der Buchengewächse und ist also nahe verwandt auch mit Eichen und Buchen. Und die Rostkastanie, die gehört zu den Seifenbaumgewächsen. Und da gehören noch die Ahorne dazu. Also mancher, der sich ein bisschen auskennt, sieht da schon auch Ähnlichkeiten in den Blüten. Und sogar in der Schreibweise unterscheiden sie sich. Die Esskastanie wird mit Bindestrich geschrieben und die Rostkastanie kann man in einem Wort schreiben. Aber nun nochmal direkt zur Esskastanie. Denn in unseren Breiten ist sie noch eine seltene Baumart. Sie gibt es eher in Süddeutschland und eigentlich in den südlicheren Ländern wie im Balkan oder auch in Italien. Ich möchte noch erzählen von der Blütenpracht. Das ist ja nun vorbei. Sie haben auffallend gelblich-weiße Blüten. Und die gesamte Baumkrone ist dann von diesen Blüten übersät. Und später, wenn die Früchte kommen, sind das runde Früchte mit Stacheln. Und wenn die runterfallen, platzen sie genauso auf wie die schon bekannten Rostkastanien und sehen eben genauso mahargonibraun aus und glänzen. Was man aber hier machen kann bei der Esskastanie, das ist, man kann diese Früchte verarbeiten. Man könnte Mehl daraus herstellen. In südlichen Ländern wird das auch gemacht. Man macht sogar Brot daraus. Man kann Bratenfüllungen machen, Suppen kochen, Süßspeisen, Torten und so weiter. Und wer das Ganze mal ausprobiert hat, wird erst recht diesen Baum zu seinem Lieblingsbaum auswählen. Noch zur Geschichte. Zu uns haben wahrscheinlich diese Bäume die Römer gebracht, südlich des Limens. Und die haben nämlich schon vorher die Kastanien kultiviert und haben da auch Plantagen angelegt, eben zum Verzehr gedacht. Und später sind sie dann aber nur in Süddeutschland geblieben. Und in wenigen norddeutschen Regionen wurden sie vielleicht mal in Parks gepflanzt oder mal Alleen. Sie können dort auch nur Früchte bringen, wenn der Herbst richtig warm bleibt. Wenn es schon zeitig kalt wird, kommt es gar nicht in Norddeutschland oder im Mitteldeutschland zur Frucht, so wie man sie verarbeiten kann. Aber wir haben ja jetzt durch den Klimawandel längere Sommer- und wärmere Herbste, sodass dieser Baum in Wurzeln sicher eine Chance haben könnte, auch essbare Früchte zu produzieren. Seit 2006 verschenke ich ja Bäume an Kommunen, Kindereinrichtungen, Schulen, Firmen und zu bestimmten Ereignissen. Und die werden immer geholt aus der Baumschule Heros in Niedergräfenhain bei Geithain. Das ist ein Fachbetrieb, der auch organisiert ist im Deutschen Verband der Baumschulen. Und ich hole mir da auch immer mal Informationen, was jetzt Stadtgrün anbelangt oder stark strapazierte Bäume an stark befahrenen Straßen. Da wissen die Experten in der Baumschule Heros Rat und Tat. Ich habe auch dort mal ein Praktikum gemacht und kann so ein bisschen einschätzen, wie viel Arbeit es macht, bis man so einen Baum hat. Es ist nicht nur Zeit, sondern auch viel Arbeit und Mühe, um aus einer Pflanze, aus einem kleinen Setzling einen Baum zu ziehen. Heute also geht dieser Baum nach Wurzeln und ich hoffe, dass er gut gepflegt wird und dass die Wurzeln dann auch mal als Kastanien essen können. Der Baum des Jahres 2018